ihr quats da seid ihr dann die sind ja gar nicht so leicht zu bauen ich brauche nur die oder perfekt für die auch nur die okay die sind okay 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 gecheckt alles kapiert dann über euch die schüssel so oder ja den quarts am 10 so 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 alter machen wir mal 5 oh mein gott ist das scheiß gelie hat mich auch voll scheiße ich hätte nicht ins ding dran machen sollen ok brenn voll man anzug löschen anzug das ist selbst gespräch mit seinem anzug für hallo das ist voll da oh gott oh gott au what the fuck oh mein gott so eigentlich sollte ich das aufnehmen was mir gerade passiert hat da müssen wir echt verimpassen mit dem mit dem pseudo livestream da gerade bin ich okay ich kann es erzählen ich bin geflogen in der cave hoch ein skelett hat mich angeschossen ich bin nach unten gefallen damit dadurch dann in den creeper rein und der creeper hat mich weggeschossen also ich bin explodiert mit ihm und der hat mich in den zombie reingehauen aber gott sei dank hab ich ne power armor das beste wärts noch gewesen wenn ich da noch in lava gelandet wär spektrum what da was ist los alter zu kompliziert redstone fuck hell vergessen microplash 5 nichts ist zu kompliziert fuckl 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 wir müssen teilweise jetzt auch mal wieder so ein paar mobs töten sonst kriegen wir diese herzen nicht mehr und das ding verbrauchen wir doch end viel von dem gar ich weiß nicht ich nicht ah jetzt ist der receiver ah ich brauch mal end viel enderpearls wenn ich mach ok und wo kommt der spaß raus hier ei wo ich brauch quatsch ah da ist quatsch hier auch nicht oh lag lag ich hab mega lag ok hier scheiß skelette kommt her ah nein guck hier kriegst du kick in die fresse ba ba ok 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 dann baue ich mich halt dahin ok nur hier geht's so dann gucken wir mal rüber 16 quats ho 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 ähm da muss ich mich von hinten reinbauen tu 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 what the heck gott ich kann das nicht mehr so achso der receiver steht da ähm wir reden voll durcheinander ja ich weiß aber pfft schaut doch eh kein Schwein zu ich glaub die machen nur das Video an und schauen dann irgendein, die Pokémon im Fernsehen oder so Pokémon war cool der war auch cool, außer die neuen die sind komisch da sehen die Viecher aus wie so mutierte Aliens aus dem Weltraum äh.. na egal äh marco du fliegst viel zu hoch der Server kickt dich gleich wieder Ich hab grad Quarz gefunden Es ist ganz hoch 156 Scheiße, wenn ihr nicht seht, was Marco macht, ne? Könnt gar nicht beweisen, dass er nicht geflogen ist Ähm, naja, ich wollte jetzt von hinten da mal ran 18 Quarz 18 Quarz Da war ja eh, ich brauch nur einen Welche Folge sind wir grad? Wie viele Folgen haben wir schon? Äh, dritte Okay Na, dann werde ich eine Woche lang nicht da sein Schätzungsweise Hallo Creeper Du bist grad von mir weggespült Ach, verdammt Ich wusste doch, hier war irgendwie das anders Oh, ich hab den Dungeon gefunden Gehen wir mal da rein Schau, was der so gibt Eine Kiste Oh, Aqua Infinity, Verzauberung Oh, Eisen Oh, oh, oh Rot Oh Brauchen wir den Zombie-Spawner? Hm Oh, da ist noch ein Dungeon Adam, wir Geil, Mann Wir sind gleich zwei nebeneinander Hm Und ich hab Emeralds gefunden Ich hab ja damals schon gesagt Ich muss hier ein bisschen umbauen Knochen brauchen wir nicht Ich brauch mal Was braucht man auch nochmal? Diese Logic Matrix Ups, die Weißt du nicht? Okay Wenn ich wiederkomme, hab ich glaube ich wieder ein paar Pfeile im Kopf Ich bin grad ein bisschen am denken, es tut mir leid Es ist gut, wenn du wehst Recht ruhig Ich führe ein Gespräch, Adam Mit dir, ohne dich Hä Du weißt das nicht mal I don't get it Äh Ah ja Lasert mir mal das hier durch Achso Da sind ja schon genug Geht's Okay Perfekt Akku findet kein Quarzgrad Ne Dann 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 Nimm mal das hier So Da ist Wasser Weg damit Wasser Weg damit Gravel Dich zu Oh, ich hab hier so ein Bienenstock gefunden Der sieht voll aus Wiensteinen So, was kann das hier rauslesen? Liquid transferring redstone signal on Earth Energy Blödgott Lava zuzubauen Hm Äh Ah Dammit Was nehm ich denn da Tank full Ne Oh, da geht's weiter Cool Ich hab endlich mega Höhle gefunden Ich seh grad nichts, weil ich brenne Nur Flamme meiner Flamme Oh, da geht's weiter Was, äh Liquid and Tank So Und da bauen wir jetzt Das Ding hin Wird echt interessieren, wie ich mein Dings eigentlich wieder auffülle Abgesehen vom Laufen, was ich eingebaut habe Aber Redstone signal Awesome Okay Machst du eigentlich grad? Äh, ich verkabel grad hier mit den Äh, äh, wireless Dingern Mit dem Wireless Receiver und so? Ja Ah, das ist so Das Zeug ist richtig cool Ich hab noch nie so richtig mit dem Red Power Mod gespielt Der ist eigentlich der coolste überhaupt Einmal wo, ähm Wo wir auf dem Server gespielt haben Da hab ich doch ein Dings gebaut Diese 3 und 3 Tür Mit dem Zeugs War ganz cool So, genau Dann stellen wir euch hier einfach mal Ah, nein Ähm Ähm So, 1 ist es Oh ja, ich hab so ein Dings gefunden Wieder Ein Shard of Minium Okay, das 1er Genau So, was braucht man nochmal Nikolaj Nie Oh Wozu braucht man das? Na verdammt, warum läuft das hier nicht weiter? Ah ja, mach mal so 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 Eine BT-Battery Nichts besonderes Okay Dann Hier ein Gate Empty Pipe Ich würd gern aus denen rauslesen Inventory empty Oh, da ist mir das Ja Items In, 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 in Äh? Ah Oh Und so Ähm Jetzt hab ich 20 Quartz Ach verdammt Ich hab echt alles zerschossen Das gibt's doch nicht Äh So Wo ist das Ding jetzt hin? 20 Quartz Blind? Ne Oh, jetzt muss ich auf die andere Seite laufen Ähm Ich hab noch nicht ein Diamond gefunden Das ist ja voll behindert So Das kann ich ja hier lassen Das Äh, genau Ich red grad ein bisschen wenig, glaub ich Ähm Genau Aber ich Ich bin in der Brain Äh, ich Lese, glaub ich, hier einfach raus Ob Etwas Fließt Energy Starten Was ist das? Lauf schnell durch die Lava Oh, oh, oh Oh Genau, so Dann Hier Das war verbunden Kann doch nicht sein Auch noch ein Gate Das ist Genau So Und so An die Block Da kam der SMS an Ja Ah, Moment Moment, Moment, Moment Und noch ein Moment Scusi, scusi Obwohl, ich warte noch zwei Minuten Dann Mach mal einen kleinen Schnitt Dann Sehe Folge vorbei Ruf ich da mal zurück Oh, geil Oh, immer noch ein bisschen Quarz finden Das war voll cool Okay Bei 20 komm ich zwar weiter Aber nicht so weit Wie ich wollte Okidoki Sieht schon mal gut aus Dann kann ich das hier wieder zumachen Dann haben wir platzsparend gebaut Alles läuft Hier Sehr schön, sehr schön Everybody do the Everybody do the flop Genau Das brauchen wir jetzt nicht Oh Gott Ich werde zu viele von denen bauen müssen Muss ich mir eh noch ein System überlegen Weil das Problem ist Das sind ja Repeater Das heißt Ich kann nicht zwei übereinander Erbauen So Hier gleich noch eins Da rüber Muss in meinem Block sein Da muss ich mir irgendwas Irgendwas überlegen Von der Seite befeuern Ja Von der Seite befeuern Ne, ich werde ganz viel nebeneinander Aber ich habe da gar nicht schon eine Idee Äh Na, dann machen wir mal ganz kurz einen Schnitt Dann rufe ich da mal zurück Dann rufe ich den Cup Dann rufe ich da sens Carib Dann rufe ich da mal zurück Dann rufe ich ja Da rufe ich es Bis dann den Break Und dann rufe ich da mal zurück Alles 떨어�iesce S коer Das erinn bin ula